hi leute des sanu hier und willkommen beim star wars outlaws controller settings video das ganze ich spiele auf der ps5 das ganze dürftet ihr eigentlich auch so wenn ihr auf pc spielt mit dem controller oder auf der xbox series x oder s spielt dürftet ihr das auch gut übernehmen können ich habe die für mich persönlich wie gesagt meiner meinung nach besten einstellungen gewählt und das ganze natürlich vieles davon ist persönliche präferenz da könnt ihr auch ein bisschen rumspielen aber so ein paar tipps die solltet ihr eventuell beachten damit ihr ein anständiges bild hat ein flüssigeres gameplay habt und nicht so viele störende elemente habt die euch auf die nerven gehen deswegen gehen wir in die einstellungen geben das ganze durch ja zum paar voreinstellungen die habe ich ignoriert habt ihr so ein paar schnelleinstellungen die nicht ganz so ins detail gehen die könnt ihr meines erachtens außer acht lassen wir gehen direkt zu spiel und hier habt ihr die möglichkeit das spielerlebnis an sich komplett euren eure vorstellung entsprechend anzupassen wenn ihr sagt dass ihr mehr gesundheit für k wes haben wollt und die gegner dafür ein bisschen bisschen schwieriger dann könnt ihr das einstellen je nachdem wenn es euch zu leicht ist oder zu schwer wie gesagt abgesehen von der von der standardeinstellungen auf hart und neben abenteuer hier das habt ihr hier von den voreinstellungen ja abenteuerin gesetzlose halung gehen je nachdem das ist so eine generelle einstellung wenn ihr aber das wie gesagt ein bisschen personalisieren wollt dann geht ihr hier über spiel und könnt es hier direkt einstellen das automatisch perfekte kühlen für alle die star wars battlefront zum beispiel gespielt haben wenn ihr mit dem blaster schießt und er überhitzt dann läuft so ein timer wir können es mal gucken ob wir direkt haben ja seht ihr hier kommt auf der rechten seite läuft so ein balken lang wenn ihr dann entsprechend in dem in dem kleinen abteil seid wenn ihr dort dann den entsprechenden knopf drückt dann kühlt die waffe direkt nach und ihr könnt direkt weiter ballern das könnt ihr auch komplett ausstellen wenn ihr das möchtet hier mit automatisch perfektes kühlen dann wird automatisch direkt gekühlt und ihr könnt nur noch ballern ich finde es aber eigentlich ganz nice wenn es anders immer sprinten habe ich ausgemacht ist nervt tatsächlich will selbst die kontrolle darüber haben wann ein charakter sprintet und man nicht schutz vor stürzen ist definitiv nice weil der charakter dann einfach an punkten wo runter fallen könnte kurz stoppt und euch darauf aufmerksam macht das bildschirm rütteln fand ich eigentlich ganz okay der blickwinkel den field of use leider den habe ich auf 100 gesetzt müsst ihr halt schauen je weiter weg ist desto mehr seht ihr natürlich von der umgebung wirkt aber dann irgendwann unnatürlich 100 fand ich ja ist ein sehr sehr guter sweet spot weitwinkel beim zielen ist auch ihr seht wie sich das ganze streckt wenn ihr hier den fob hoch macht geht unnatürlich aus ich spiele division da summt es wenn ich wenn ich amüsiere immer an den charakter ran das kommt dem sehr sehr nah und finde ich auch deutlich atmosphärischer der rest ist hier für die mini spiele da könnt ihr wirklich wirklich alles auf standard lassen könnt ihr aber auch dort umstellen je nachdem wenn ihr die mini spiele schon gemacht habt und dort ein paar feinjustierungen vornehmen wollt weltraumschwierigkeit ihr könnt kollisionsschaden verhindern wenn ihr gegen asteroiden fliegt oder gegen andere raumschiffe das habe ich aber ausgestellt man soll schon ein bisschen aufpassen wohin man fliegt steuerungstechnisch gehen wir direkt das hier habe ich alles standard gelassen gehen wir direkt auf die erweiterte steuerung da fand ich ein paar sachen die richtig cool sind 10 empfindlichkeit damit das ganze deutlich flüssiger abläuft das habe ich auf acht gestellt empfindlichkeit beim schießen aus der hüfte also ohne an zu visieren habe ich auch auf sechs damit da auch ein bisschen flüssiger ist die umsehgeschwindigkeit solltet ihr auch höher machen die ist echt langsam am amfang glidersteuerung auch auf drei das ist auch besser am horizont ausrichten das war standard das habe ich auch gelassen die adaptiven trigger ich bin jemand der das feature cool findet ist aber tatsächlich immer ausstellt in den games weil es mir nach einer zeit was mich wirklich nervt betrifft nur die playstation 5 user deswegen ist das hier wurscht auch grund um besser besser zu zielen mit das ganze deutlich flüssiger abläuft ist der die einstellung der deadzone also quasi wann die die entsprechenden analog steaks anfangen zu reagieren auf eure eingabe das solltet ihr so niedrig halten wie möglich je nachdem menschen controller ihr habt kann es sein dass in so einen leichten stick drift habt das heißt ihr müsst ihr hier noch ein bisschen fein justieren aber ich kam mit dem ich bin mit dem dual sense edge controller ich kam hier tatsächlich mit den einstellungen bisher gut parat so ziehen durch bewegungen ihr wisst ihr könnt ja an dann könnt ihr so steuern kann ich gar nicht vibration genauso wie der kram mit den adaptiven triggern wird bei mir immer ausgestellt das nervt mich und ja die raumstiftsteuerung hier die habe ich auch auf drei gestellt das ein bisschen empfindlicher ist den rest habe ich so gelassen anzeige und grafik und hier ist den kontrastreichen modus könnt ihr komplett ignorieren werden einfach sachen als highlights hervorgehoben wenn ihr wirklich einstellt auf komplett dann seht ihr auch charakter und bestimmte sagen hier als blau hinterlegt braucht man nicht unbedingt außer man hat ein bisschen probleme farben zu erkennen dann könnte das natürlich helfen ansonsten kino modus ich habe bildschirm füllen gemacht ihr könnt das ganze auch auf 21 zu 9 stellen je nachdem welche monitor ihr habt in pc spielt oder so könnte das ganz cool sein oder auf einem großen tv ich persönlich habe bildschirm füllen qualität ich hatte es in der in der ersten stunde gameplay auch schon angesprochen dass ich bin so ein mensch ich bei mir geht flüssiges gameplay vor grafik klar sieht es bei qualität und tick besser aus läuft aber dann auch nur bei 30 fps das ist mir persönlich zu wenig deswegen ja empfehle ich euch hier definitiv auf performance zu stellen das hat sich jetzt umgestellt das soll auf null bleiben weil bewegungsunschärfe war finde ich die braucht man in spielen nicht das ist der motion blur jetzt quasi wenn man seinen charakter schnell bewegt dass dann die umgebung unscharf dargestellt wird in dem spiel finde ich hat das nichts zu suchen deswegen hier alles auf null runter und benutzer oberfläche das hier ist alles kram da müsst ihr selbst ein bisschen mit rum spielen und schauen wie das euch passt das habe ich so standardmäßig gelassen fand ich tatsächlich mit am besten ja ansonsten sprache untertitel wenn normal spiele spiele mit englischer sprachausgabe und mit deutschem untertitel sollte mir irgendwas bestimmtes entgehen ich finde die deutsche synchro aber doch recht gelungen deswegen werde ich das alles so lassen und denke ich auf deutsch spielen der ton auch hier nichts weltberühmtes je nachdem was für ein system ihr habt ob ihr normal headset spielt oder ob er bei die heimkino boxen spielt oder so passt ihr das hier einfach für euch an so wie gesagt die wichtigsten sachen waren anzeige und grafik tatsächlich und die einstellung für k-wes dass ihr einfach ein flüssigeres gameplay habt und seht wir haben keinen motion blur was deutlich schöner ist in dem game so ich hoffe es konnte dem ein oder anderen helfen die sachen ein bisschen bisschen besser zu verstehen und bisschen besser einzustellen und ich würde sagen vielen dank fürs zuschauen leute lasst mir gerne aber like da schaut gerne auf twitch und bei uns auf dem disco vorbei und jetzt wünsche euch viel spaß mit star wars outlaws und bis zum nächsten video macht's gut und bis zum nächsten video macht es nicht